Liebe Ruth, du bist hier und dafür sind wir unendlich dankbar. Denn du hast dich tatsächlich von hinter der Kamera vor die Kamera getraut. Das war ein weiter Weg. Wir danken dir dafür. Und danke vor allem für dieses wirklich aussagekräftige Video, was du gedreht hast als Filmemacherin bei der Allianz-Mission. Was genau bedeutet es bei der Allianz-Mission, Filmemacherin zu sein? Filmemacherin bei der Allianz-Mission zu sein, bedeutet, ganz viele tolle, spannende Menschen kennenlernen zu dürfen und ganz viele tolle, spannende Geschichten hören zu dürfen. Und ich liebe meinen Job. Ich denke, es ist der beste Job der Welt. Kurze Werbeeinheit für die Allianz-Mission. Aber es ist wirklich so. Und ich liebe es, einfach in die Länder zu reisen, die Projekte kennenzulernen, die Unterschiedlichkeit von diesen Projekten kennenzulernen und unterschiedliche Menschen kennenlernen zu dürfen mit ihren Geschichten, mit ihren Höhen und Tiefen, mit ihren emotionalen Momenten, mit ihren, ja, wirklich auch schrecklichen Tiefen. Und dann zu erleben, miterleben zu dürfen, wie Gott sie einfach, wie Gott ihnen begegnet ist, wie Gott sie verändert hat, was Gott einfach Wunderschönes aus diesen kaputten Stücken gemacht hat. Das ist einfach grandios. Ja, auch das macht Gänsehaut. Also Wahnsinn. Ich wünsche dir da weiterhin auch echt so viel Inspiration und Leidenschaft, die du einfach ausstrahlst und die man so sehr spürt. Und ich muss ehrlich sagen, dass bei mir jetzt schon die Neugierde geweckt ist. Ich habe dieses Video gesehen und dachte, okay, ich will mehr. Ich will mehr. Haben wir eine Chance? Ihr habt eine Chance, ja, natürlich. Genau, es sind schon ein paar Folgen online. Und Jessica war nur der Vorgeschmack von der vollständigen Reportage über Salamanca, über die Arbeit in Salamanca. Sehr spannendes Projekt, sehr spannende Arbeit, tolle Menschen. Mission auch wieder ganz anders. Schaut euch an, es kommt online am 19.01. Ja, genau, danke. Ich habe es mir vorgemerkt, im Kalender. Am 19. Januar um 19.30 Uhr kommt die Folge online und wird auch bleiben. So cool. Und jetzt eine sehr spannende Frage und auch persönlich. Wie finanziert sich diese Arbeit? Und machst du das ehrenamtlich oder wie läuft das Ganze? Oh ja, sehr persönliche Frage. Aber Geld spricht man ja nicht in Deutschland. Ja, genau, stimmt. Die Arbeit finanziert sich so wie eigentlich die gesamte Arbeit der Allianz Mission natürlich über Spenden. Und ich bin Missionarin, offiziell, genau. Und daher finanziert sich meine Arbeit über Spenden. Deshalb freue ich mich natürlich auch, falls jemand diese Arbeit wichtig und gut findet. Wenn ihr gerne für mich was gebt. Der Link wird eingeblendet, denke ich mal. Und dann kann man einfach Verwendungszweck die coole Filmemacherin und jeder weiß Bescheid, damit bist du gemeint. Ja, genau. Super. Hey, wirklich. Also ich möchte nochmal von ganzem Herzen Danke sagen für deine Arbeit. Auch danke, dass du den Mut hattest, heute vor die Kamera zu kommen. Aber wenn du das mal auf der Serie factual Vielen Dank.